Willkommen zu einer weiteren Folge, Debt und Neue. Okay, you're making me look ridiculous. Ah, Mist. Ich spürt. Was bringen wir diese... Tacos eigentlich? Ist das nur ein Fortschritt oder... Ich dachte immer, die bringen vielleicht nichts in Helmung oder sowas, aber... Das geht irgendwie nicht. I want him dead. Get Shark one off the ground and rip him the pieces. Roger that, sir. Consider him handled. Damn, they found the helicopter's on switch. What, you can't hijack the chopper while it's flying around, trying to turn you into shredding? Jeez. You doubt our skills? Prepare to be amazed! Ah, irgendwie nicht der Automatostock. Oh, gut. I need a high five now! I need a high five now! Get down! Behold! You're not that hard! Oopsie. Das sind ja schon zwei. Oh, da ist doch noch einer, okay? LIE OR DIE, ASSHOLE, YOUR CHOICE. I'm gonna need both hands to shoot that minigun. Says who? I do stuff with one hand all the time. Take us to the right, my newly acquired pilot. I got some ammo to spend. So juicy! Spin around, fly boy! We got heat on our left! Es ist so laut, ich kann mich gar nicht hören. Ich dachte das gleiche. Was? Wir haben company hinter uns. Wir machen es so. Wir können das all day machen. Get Shark 2 Air Force jetzt! Shark 1 ist compromised. Shark 2, aus dem Sky. Wir haben ein schlechtes Gefühl über das. Keep it steady, Dinkus. Geez, ich kann besser fliegen als das. Hey, das gibt mir eine Idee. Nein, warte. Hell ja! Wir fliegen! Wir fliegen! Wir fliegen! Wir fliegen nicht fliegen. Es ist gut, dass wir ein Traum haben. Traum, ja. Delusions? Nein! Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall, äh, genug. Äh, pfff. Was war das? Das wird wir auf jeden Fall haben. Das ist ein Geld. Jetzt haben wir noch 110.000. Das ist ein Geld. Ich kann das. Und das ist alles. Das ist ein Geld. Das ist ein Geld. Das ist ein Geld. Okay, dann sparen wir halt noch ein bisschen. Was haben wir hier? Woher weiß ich denn jetzt? Ist das schon das nächste Kapitel oder bin ich immer noch am ersten? Oder? Haben wir doch auch Päd umgeheuer? Ist ja Päd umgeheuer? This panic is impenetrable. Meet my personal guard. He's bigger than you, badder than you, and he's purpose-built to eat little shit like you for breakfast. Eat shit for breakfast? Oh daddy, look at the size of that thing. That's what she said. I wonder if we can even carry that gun. Only one way to find out. You can't run forever, dead bull! Remember you have a teleporter to dodge those rocket attacks. Let's go. I'm gonna walk you. I'm gonna walk you. Don't let me walk you. This is just fun to listen. No! 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 Yeah! No! There's no shack! I won't ever get tired of that! No! Make it to me! Oh, das ist es! Das ist die Barber! Okay. Ich brauche eine größere Batterie für diese Sache. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Auf jeden Fall ist er schon auf rot. Den kriegen wir noch dauernd. Ich brauche doch nicht mehr. Leute. Ich bin fast down. Und... Wo ist jetzt der Dore? Ach da. Wenn ich mal... ...irgendwie ihn sehen würde. Noch eine nach vorne. Oh! Wir brauchen eine vacation. Ich weiß nicht, was du nachher bist, du Mastfreak. Aber du wirst mich nie in dieser Panic-Roll. Ich würde das Thema testieren. Hm. Wie viel C4 ist das? Es ist nicht mehr als 20 oz. Was? Ich liebe das Systemmetrisch. Wie viel in Amerikaner? Mal schauen. Du gehst das 7... Mann, mach mal. Mach mal alles. Oh, ja! Das war großartig! Ich wusste es. 20 oz. Das war ziemlich süß. Wie ist das für ein Impenetrable, Asshole? Wichtig, wir brauchen ihn noch immer wieder. Wie ist es noch immer wieder? Wir sprechen? besser aus. Man hat das universitet. Nö ола. cool playing. Ich. Yuki! Du bist verrückt! Nicht so verrückt wie du denkst! Interessant. Ja, das war Spaß! Ja, das war okay. Aber es ist nicht so, dass wir ein Do-Over bekommen. Die Hölle, wir nicht! Komm her! Das ist nicht so, dass ich das sage. Was ist das? Was ist das? Das ist das, was ich hier sage. Das ist nicht so, was ich sage. so ich denke mal das wird jetzt ja woher weiß ich denn jetzt das wird jetzt ein neues kapitel sein oder so neunfünfzigtausend na gut ich gucke es einfach mal spiel beenden sich eigentlich auch nicht naja je nachdem was jetzt passiert die herausforderung oder den straßen und ich denke mal da sind wir jetzt extras biografie so mal gucken wo wird starten sehr gut gut dann machen wir jetzt ein aufnahme in die spitze bei grüß bis denn